Ich heisse Monika Hungerbierler, bin katholische Theologin und leite die offene Kirche Elisabeth in Basel. Ich unterstütze die Primateninitiative, weil ich ein ganz einschneidendes Erlebnis hatte. Früher, als unsere Kinder gleich waren, gingen wir viel in die Zolle und gerne ins Affenhaus. Dort stand ich mal ganz nah an einer Scheibe und konnte direkt einem Gorilla in die Augen schauen. Er hat mich angeschaut und ich ihn. Das hat mich bis in die Seele erschüttert und ich habe gemerkt, wir sind wesentlich verwandt. Am sechsten Tag hat Gott in diesem Schöpfungslied, heisst das so, das Tier und die Menschen geschaffen und beide gesegnet. Die haben beide eine besondere Würde und darum unterstütze ich die Initiative. Stimmen doch auch Sie mit Ja zur Primateninitiative. Stimmen doch auch Sie mit Ja